ja willkommen mein namen ist anirat und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of xilia ja immer noch ein kolosseum wir sind vom finalen kampf aber wir machen erst mal das kolosseum so und kurz und knackig machen wir einfach weiter was von der schmerz egal so wir haben im letzten part die anfänger kämpfe geschafft jetzt machen wir fortgeschrittenen kämpfe das ist mein einzelkampf das wort er will noch mal in der sterblichen welt noch was zu erleben habt nur okay wir haben wir haben ganz schön viele sachen so elven vermasselt es nicht alles gleiche dann kommt auch schon ja die macht es gar nicht aus ist gut hört auf damit man einfach so weg gedreht ja ich glaube seid ihr was habe ich nichts gemacht habe ich immer noch anfangen aber top sagt sagt ok jetzt drei oder vier aber lieben ist dann auch eigentlich ganz schön einfach er hat schöne flächen anstrengung aber nichts da wäre raus man nicht schon wieder ein davon haben wir doch echt genug in letzter zeit na warte gibt es doch nicht wenn du machst das jetzt du willst oder nicht also scheiß viecher die sich in den boden eingraben da waren die doch ne gibt es doch nicht schon die flächen an so viel einsetzen aber auch der mir einfach ein gegen die rube man so ein dreck plötzlich finde ich das rauskriegen nicht mehr so schön was doch immer ja sagt reiht euch mal alle hier auf man weiß welchen angriff hier die man zeit ja anfällig da war glaube ich bin oder boah nein nicht schon wieder haben die auch absichtlich gemacht hier scheiß viecher die reinzupacken man hört auf damit die ganze zeit wegen den auch gefressen man da geht es schon wieder ein ein man war doch einmal so der ist auch weg man ist euch riesiges schwert ich glaube ich mal schön heilen also ganz genau die gleichen gegner ich habe noch andere sachen sollte mal hier meine anderen magie schild was macht ihr jetzt sagt sagt was macht ihr jetzt geschützt mit magie nein nein so weit die kaputt geht kaputt nein nein du sagst du wolltest mich auch unterschubsen ich habe genau gesehen man ich schaue ja auch noch problem mit mir der ist ja der einfachste bis jetzt hier kommt auch noch stimmen hat mir jetzt gemacht art siegler was jetzt mache ich diesen scheiß die ganze zeit mein feld das ist so klein sagt er kann eigentlich auch schon locker sachen und es ist blau dingen kommt eine tp mehr wenn ich genauer doch war was das jetzt man nein zweitkampf thema von jude das ist ja gar nichts aber jetzt sind die gegner voll um sieg so aber erst mal halte ich mich hätte ja nicht gedacht so danach war es das aber war nicht schön und du gehst mir jetzt schon auf den nerven guckst du dich mal an wie viel ap du hast geht mir aus dem weg bei jeder scheiß baum gehen wir aus dem weg du bist weg aber lasst mich doch jetzt mal in ruhe und irgendwie habe ich die ganze zeit schon dieses komische siegel aber doch immer ist da kommt man ja wenn ich jetzt schon tension reises du gehst mir elvin auf die nütze weil es eine so eine richtig miese kombo hier ach jetzt sehe ich auch du ja komm so komm her du auf BOOOOM 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 weich glaub ich. Halt es nicht mal aus hier. Ah! 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 Mann! Nochmal! BAMS! 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 Nochmal! BAMS! 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 Wenn wir auch einen heilen könnt ihr euch auch noch. Geht es eigentlich noch? Ich weiß immer noch nicht mal was dieses komische Siegel ist. Ich hab irgendwo hier gucken. Nein! Komm her! Boah! Leck mich an! Warte mal! Jawoll! Oh! Ich fand es toll, dass das geklappt hat. Oh ne! Was ist denn? Was? Ey! Was soll ich denn hier gegen machen? Boah! Leck mich an! Wenn ich wegen euch Säcke hier rausfliege, ne? Das ist nicht gut! Ich kann auch gar nicht aufladen hier, ne? Sorry jetzt aber. Du bist gleich tot, ne? Boah! Boah! Was? Wieso sind meine beiden Dinger weg schon? Ich kann nur einmal auf... Das macht das Scheißding also. Meine Fertigkeiten, meine Fertigkeiten sind weg. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich auch, warum ich die ganze Zeit nicht... hier diese Ausweichrolle wieder machen kann. Wo ich mich wieder aufpappe. Aber jetzt bin ich auch viel stärker wieder. Leck mich an! Ja, guck dich mal an! Jetzt halte ich auch wieder voll viel aus! Mann! Ich glaub ich spinne! Da sind doch meine Stärkesachen und so weit weggegangen, ne? Mach keinen Scheiß! Ihr macht diesen Scheiß! Ich will die Schwächen ausnutzen, ja. So, jetzt kann ich wieder aufladen, ja. Au! Mach keinen Scheiß! Mach keinen Scheiß! Da wird hier noch richtig panisch. Schau ich aber diesmal nur eins. In diesem Part. Das war eigentlich auch egal. Boah, da kommt einer auf deiner Seite. Ich meinte mich kaputt hauen zu wollen. Ich kann auch normal angreifen, um ein paar Tepäer. Da wieder reinzubekommen. BAM! Nein! Ich will schon wieder zaubern. Ich sehe es doch kommen. Aua, hauptsache der Zauber ist noch da. Du bist nicht Stingens? Doch, bist du. Oh, der wird mir so vernerven gehen, das sehe ich jetzt schon. Mann, geht weg! Ah, geht weg! Ah, geht weg! So. So, jetzt kommt mal ja. Burn! Das ist nicht gut. Cyklon Drive! Oh Gott! Hilfe! Boah! Neckt mich an. Ja, das auch noch. Ist klar. Ah, ich glaube nach dem fortgeschrittenen war es das, aber. Ich bin ja auch noch gelähmt, ist klar. Wer ist jetzt? Der letzte Gegner hier. Man kann es mal aufhören damit. Ernsthaft. Du hast euch gleich einen Angriff wie ein Tales of Grace drauf. Kann das sein. Wer ist jetzt? Demon Fight! Wer ist jetzt weg? Wir sind nicht immer so stark, ne? Guardian Grow! Guardian Grow! Guardian Grow! Ich denke, dass du mich da machen lässt. Bam, 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 bam. Kann ich dich auch rausschmeißen eigentlich? Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Es geht immer noch weiter? Wenn wir kampfmusik dich nicht kenne, aua. Oh nein, das wird jetzt.. Ist das gar einfach nur ausgefallen? Er will mit verarschen, das schaffe ich nicht. Das ist doch übertrieben, ihr habt doch noch eine Malle. Maa! Ich hasse diese Viecher, ich hasse solche Viecher, die sich so bewegen. Mann, erlass mich. Und das war es mal mit meinem letzten Zitronengummi. Ich bin auch eigentlich so flüchten, genau. Oder auch nicht. Schöne Kampfmusik übrigens, das kenne ich nicht. Ich kannte nur immer die Erste. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Ich kann mich jetzt nur noch hier mit und Apfelkummis heilen. Mann, jetzt hört doch mal auf. So, 1, 1, 2. Guardian Field. Nochmal. So, jetzt sind wir die TP auch noch rausgegangen. Super. So, du bist gleich tot. Komm her. Danach kommt bestimmt immer noch mehr. Weil die Kampfmusik hat gerade jetzt angefangen. Gentle Surf, ey. Ich glaub, ich spiel. Wenn ich da jetzt noch nicht mehr schaffe, ne? Boah, leck mich an. Aber die ganzen Moves jetzt von denen, die regen mich irgendwie so auf. Ich mach mich vor Agro irgendwie. Auch in Grace ist so. Weil die so gekämpft haben. Maa. Das Feuer hat ganz schön viel abgezogen. Danke. Boah. Guten Tag. Ja, genau. Okay, Hauptsache halt. Oh, kommt der. Zack, zack, zack. Oh, mein Gott. Er ist ein bisschen langweilig bestimmt. Das hier alles so zu sehen. Vor allem, wenn man das irgendwie später machen könnte. Wenn man irgendwie Level 100 ist oder so und dann hier durchbrettert wie nicht. Aber jetzt... Oh, ich hab CP zurückbekommen. So, du fliegst jetzt da runter. Tschüss. Danke. Na, warte, dich kann ich hier rausschmeißen. Bam, 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 bam. Pfff. Sack, Gesichter. Da war mir ein bisschen... Pff, das hat voll viel abgezogen. Wer war das? Ey, leck mich an. Sag mal, geht's noch? Ja, komm, ja. Wo sind die anderen? Äh, wo ist der dritte? Da war doch noch einer gerade. Das gönne ich eigentlich einzig nicht, Idiot. Boah, jetzt kommt der auch mit so einem Buddelangriff, Mann. Weg runter, bitte. So, bitte sag mir, du bist der letzte Gegner. Verbrechen und Strafe. Ja, du wie auch. Tschüss. Oh Gott, was? Warum bist du hier, Mann, Alva? Oh Gott, ey. Warum? Von allen Gegnern. Der kann meine Abwehr abbrechen. Ich glaube, ich spinne. Boah, der macht so viel Schaden, ne? Sag mir nicht, ich hab diese ganze Zeit wieder jetzt hier so'n Scheiß. Ah. Nein, äh. Ja, warte, die schäupte auch noch. Boah, leck mich am Arsch. Geht's eigentlich noch? Das bringt ja eigentlich überhaupt nix. Aber gleich macht der sowieso wie er... Mann. Boah, geht's noch? Ne, das bringt nichts. Muss ich eben so versuchen. Genau, und jetzt sind wieder meine ganzen Dinger weg. Genau. Jo, schau, wieder. Ey, leck mich am Arsch. Ich hab mich gerade das gehalten. Komm her. Ich kann auch feige kämpfen hier. Ja, das muss ich. Das hab ich jetzt bereut. Mann. Lass mich hier in Ruhe. Ey, das ist nicht wahr. Ey, ich hab jetzt 20 Minuten gekämpft. Boah, leck mich am Arsch. Ich hab gar nix bekommen, überhaupt nicht. Oh, ihr könnt mich mal. Ich hab jetzt ja 20 Minuten gekämpft und bin dann noch verreckt. Das lass ich nicht auf mich sitzen. Na, warte, ich trainier noch ein paar Level hier und dann komm ich zurück. Das hat jetzt irgendwie meine Ehre beleidigt. Ich trainiere noch so ein bisschen wie 70. Ich... Pfff. Ma. Warum Alva? Aha, nächstes Mal nämlich Schut. Na gut, ich würd sagen, das war's dann für heute. Wir haben nix erreicht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Letztbetät. Zilea, bla 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 bla. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Tschüss.